Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir uns gedacht, machen wir einen Wii-Battle. Wir haben sehr lange schon keine Wii mehr gespielt. Jason! Aber in der Quarantäne-Zeit bleibt einem nichts anderes übrig, als die alten Sachen auszupacken. Deswegen haben wir mal gedacht, wir machen eine Challenge. Wir spielen Wii Sports, das heißt Tennis, Bowling und gucken mal, wer das alles gewinnt. Und wir können das so komisch filmen. Ja, ich stelle mein Handy jetzt nochmal dahin, damit man den Fernseher sieht. Und listen! Oh, Scheiße. Ja, der kratzt an dem Ding. Ja, und wir hoffen, dass man alles sieht und dass das alles so funktioniert, weil ich nicht mehr so viel Speicherplatz habe, wie immer. Aber naja, ich mache ihn fertig. Achtet nicht auf meine wundervollen Haare, ich habe den ganzen Tag nur im Bett gelegen. Deswegen, schauen wir mal, wer hier der King ist. Wir fangen an mit Tennis. Drücken. Wieder eins, das drücken. Oh, komm, ich habe sogar zwei zappieren. Oh, guck mal, da unten. Wer da? Das bist du. Nein, der bin nicht. Hier, guck, darf ich nicht meinen Namen? Nein, wer ist denn das? Hier, das bin ich. Du bist so fies. Ich bin der Puli. Ich bin der Pule. Der andere sah dir direkt mal ähnlich. Nein, ich bin doch nicht der Duli. Doch, der sah direkt so aus wie du. Los geht's. Ja, warte, wir müssen erst mal gucken, wer so spät. Ja, okay, ich spiele richtig. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, ich fang an. Du musst eigentlich schon schlagen. Bist du bereit? Hey, ich kann das nicht. Das ist unfair. Hä? Das wird es einfach. Und ich habe nicht mal die krassen Aufschläge gerade gemacht. Schatz, du erklärst mich mit dem Spiel. Du musst nur schlagen. Ja. Nein. Das ist voll scheiße, mir zwei. Kann man nicht einen wegtun? So, auf der Überholspur jetzt. Ach, doch, ich bin gestorben. Mann, guck mal, da hat so ein Zeug über dem Kopf. Ey, Schütze, das kann man nicht. Du schummelt. Schatz, ich kann das nicht. Make a point. Aufgedacht. Meiner konnte das nicht, siehst du. Okay, wenn ich... Oh, den habe ich gehoben. Mann, du Autist? Wie kann man diese Harte machen? Ich kann das nicht. Was macht ihr? Du Idiot. Hey, was machst du? Entschuldigung, weiter geht's, weiter geht's. Ey, du hast geschummelt. Das war außersehen. Habt ihr das gesehen? Das war außersehen. Das war wirklich außersehen. Ich bin abgerutscht. Ich habe keinen Bock. Hans, 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 Hans. Der lässt passiert vor allem. Oh, ich habe jetzt schon Muskelpate. HALF, RUN. Natürlich! 150 km hat das Gerät. Jetzt kommt ein richtiges Gerät. Mama! Mama, enttäusch mich nicht! Klasse, Mama! Ich liebe dich, Mama! Oh, Laura, enttäusch mich auch nicht! Oh, Laura, gib ihn! Gib ihn! Wir wollten ja beide ein. Nein, change time! Change time! Nein! Scheiße, ich kann das nicht! Ich war noch nicht bereit! Ich war nicht bereit! Willst du mich rein? Ja! Scheiße, das wird ein Homerun! Oh, ne, doch nicht! Out! Hä? Was ist das für ein Pisse? Was ist das für ein Pisse? Was macht der? Ich feuere die Kühe! Go, Nick! Nick! Mann, du hast doch schon eine Brille an! Fangen ihn, fangen ihn los! Nein, bitte geh in Homerun! Bitte geh in Homerun! Bitte geh in Homerun! Bitte geh in Homerun! Ey, ich hab keinen Bock! Scheiße! Spiele sind beschissen! Das ganze Ganze ist gar nicht realistisch! Weg mit der! Zeigst du was nicht! Was ist sie in Homerun? Was sie in Homerun? Pfff! 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 Hey, wie geht das denn? Hey, versuch ja nicht mal da hin zu springen! Hör auf rumzuzicken! Schatz, das Springt verarscht mich! Ich hab nur Punkte! Also guck mal, was die macht! Guck dir die an! Wer bist du? Das ist wir! Was machst du denn? Das ist richtig gut! Nee! Kein Leis, du scheiß Leis, du müsstest! Du hattest eben gesagt, mir egal, ne? Dann hier! So schön, schon spielen! Nein! Okay! Ich will nur mal spielen! Was machst du? Du Idiot! Also doch ne Chance? Nein! Spiel nochmal! Ja, kriegst ne Chance! Was für Chance? Ich hab keine Chance! Oh, Schatz! Ich will kein Baseball! Mach andere Spiele! Spiel zu Ende! Ich weiß nicht, bis welche Punkte es gibt! Schatz, ich war noch nicht fertig! Guck dir was der macht! Ja, endlich! It's game! Weg! Scheiße Schatz! Ich komm, Bruder! Okay, los. Bohlen kann ich, glaube ich. Nicht. Wie geht das? Okay. Warum holt meinst du Damesen? Ja, nicht. Je nachdem, wie schnell du machst und wie schnell du eingreifst. Was ist das denn? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, nee. Nice. Du darfst nicht so stark nach vorne. Guck mal. Nein, ich will keine Tipps von dir. Warte. Und knack nicht ab. Das ist scheiße. Komm, wir spielen Rocks. Du bist so ein schlechter Familie. Ja, bin ich auch. Weil da Sportspiele sind. Sport bin ich der Kind in diesem Haus. Nicht du. Ist klar. Ja, ich bin sportlich also. Ist klar. Das ist keine realistische Simulation. Aber mir ist auch erst einmal alles runtergefallen. Mal jetzt aber. Besser ist es. Ich hab doch eh schon Fall geworden, Scheiße. Dann brauchen wir uns nichts vor. Siehst du, du triffst immer alle. Wir haben nicht alle getroffen. Aber passt. Ich treff null. Nee, du nimmst ja keine Tipps noch. Keine Tipps sind scheiße. Du bist scheiße. Du bist scheiße. Jetzt kannst du dem Weihnachtsmann erzählen, dass das so ist, ey. Wirklich. Ja. Ey, Schatz, ich hab viel weniger Punkte. Komm, wir spielen Box. Diese Spiele sind beschissen. Ich mag kein Golf. Äh, Golf habe ich. Komm, wir spielen Golf. Ja, mach mir ja dann aber. Ich will kein Bowling. Schatz. Ich hab noch Uppe. Jetzt etwas durch. Schatz. Hör auf, alles abzubrechen. Ich spöre dich ab. Spiel. Hopp. Ein schlechter Verlierer, ey. Ha! Strike! Das ist ihm so egal. Da war gar kein Dreck. Ich hab dich mal nicht untergewischt. Falsche Richtung. Komm, wir spielen Golf. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Hä? Hä? Da war gar kein Dreck. Loser. Ey, die Klappe! Komm, wir spielen Golf. Das ist mein Sport. Was ist denn los? Hä? Du musst erstmal näher drangehen. Du musst A gedrückt halten. Das war ein guter Schlag. Ja. Weil ich näher dran bin. Ich fischee Golfregeln nicht. Eingelockt. Du hast wohl Boogie. Ja. Du hast viel weniger Schlag. Boogie. Ja, ich hab da wohl Boogie. Boogie, 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 Boogie. Das war voll gut. Boogie. Nicht so feste. Warum macht ihr so feste? Pst, Schatz. Das macht zehn. Das ist legal. Ui. Ich bin hier auf dem Quad. Ja. Ich mein das Video, Bladurast, es kommt gleich aus. Schlag doch, komm. Komm. Das ist schlecht. Komm. Hä? 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 Nein. Das war krass. Das ist vielleicht eine Beschwerdenrechtsverordnung. Ja, mir egal. Aber ich hab ne Rechtsschutzversicherung. Ja. Verdammt. Wir sind auf dem Quad. Oh Gott. Da gibt's kein Beschwerden. Hä? Schatz! Du hast mich sexuell belästigt. Mann, siehst du halt alles wie ein Bier nur ein Double Boogie. Schlag doch. Schlag doch. Schlag doch. Schlag doch. Schlag doch. Welche? Oh, ich hab dich mit innen. Bye. Hast du gesehen? Ciao. Hab ich nicht. Ich kann so rum werden. Golfer. Oh, ich glaube, da gehen wir flutschen. Scheiße. Ey, Schatz, ich komme nicht aus diesem Kram raus. Scheiße, ich gehe die ganze Zeit flutschen. Der ist wieder im Wasser. Ich habe keinen Bock mehr. Ey, das Pizze ist das. Das ist scheinbar auch auf die Insel. Aber warte nicht, ich glaube, du bist nochmal. Das ist Pizze? Oh, du hast aufgegeben. Plus 10. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Das ist ja Information. Oh Mann, ich habe noch verloren. Falls man es nicht erkennen kann, 25 und 31. Ich habe gewonnen. So Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ja. Wie ihr gesehen habt, er ist sowas von verloren. In jedem Spiel habe ich ihn abgezogen. Das ist keine realistische Simulation eines Sportereignisses an der Stelle. Also auf jeden Fall habe ich gewonnen. Er hat verloren. Und ich bin froh, du nicht so. Beim nächsten Mal gibt es Just Dance. Dafür hau ich dich gleich hinter der Kamera. Beim nächsten Mal gibt es Just Dance, Schatz? Ich kann kein Just Dance sagen. Komm schon. Schatz, nee. Komm schon. Wer möchte ihn bei Just Dance sehen? Ich nicht. Ich schon. Auf jeden Fall war es das mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ihr könnt gerne auf meinen Spenden-Link drücken, um eine Donation für eine G-Tango-Fröhliche darzulassen. Ignoriert den bitte einfach. Wir hoffen nur, dass euch das Video gefallen hat und das nicht. Aber ihr könnt gerne drücken. Bis zum nächsten Mal.